Die beiden Künstler, die hier ausstellen, sind zwar noch sehr jung, aber ich denke, dass sie trotz ihrer Jugend ein sehr vielschichtiges Werk haben. Die beiden Künstler, die hier ausstellen, sind zwar noch sehr, 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 sehr. Das ist gut. 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 Wir haben die Künstler, die hier ausprobieren. Das ist gut. Das sind 1938, die tschechoslowakische Flieger, die sind von den Nazis geflüchtet. Das ist gut. 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 Vielen Dank.